Wir machen Gritti-Bänze am 3. Dezember, am Tag der Behinderung. Gritti-Bänze von einer speziellen Aktion Menschen mit Behinderung ist dann alles im gleichen Teil gemacht wie wir Gritti-Bänze und was wir sonst alle Jahre machen wollen. Das Ziel von dieser Aktion ist, dass wir aufziehen, dass wir eine Behinderung für die Behinderung und die Beide hätten wie wir wünschen. Es ist eine Vorgänge am Aufschaffen von diesen Gritti-Bänzen. An den Packen können wir hier am Tag, den wir kaufen. Und am Tag können wir auch in den Marktauen noch direkt herstellen und auch dort kaufen.